Alle Veranstaltungen werden in diesem Jahr natürlich fortgeführt. Mittendrin sind wir in den Vorbereitungen für eine neue Messe, Hochzeit und Feste, die ab kommenden Samstag im Goldenen Stern in Burna stattfinden wird. Und zu dieser wollen wir alle Heirats- und Feierwilligen recht herzlich einladen. Um Sie besser neugierig auf die Messe machen zu können, habe ich heute Sirko Konrad an meiner Seite, der mit der Organisation beschäftigt ist. Sirko, Messe, Hochzeit und Feiern, was genau verbirgt sich dahinter? Ja, also ganz so neu ist ja diese Messe nicht. Es gab ja schon in den letzten Jahren immer eine Hochzeitsmesse, scheiterte dann wahrscheinlich nur an der Organisation. Und RekioTV und die Leipziger Volkszeitung, die haben sich dieses Jahr dafür entschieden, diese Messe wieder aufleben zu lassen, Hochzeitsmesse. Wir haben es jetzt erweitert in Form von Hochzeits- und Feste-Messe. Also es wird sich nicht nur um das Thema Hochzeit drehen, sondern auch um das Thema Feste. Also wie feiert man eine Jugendweihe, Tipps und Anregungen für Geburtstage, Taufe, Kommunion, alle Feste und natürlich auch die Hochzeit sind damit inbegriffen. Und da kann man sich an diesem Tag, am 21. Januar, darüber informieren. Also es ist ökologisch gar nicht so verkehrt, dass alle Feierwilligen eingeladen sind. Und was wird die Messe so im Rahmenprogramm bieten? Ja, also die Messe wird zwischen 13 und 17 Uhr stattfinden. Es wird um 14 Uhr eine Mutenschau geben zum Thema Braut und Bräutigam, also für alle Heiratswilligen. Und um 16 Uhr wird es eine Mutenschau geben zum Thema Jugendweihe 2017, wo man sich zum Thema Mode und Accessoires nochmal Anregungen holen kann. Aber nebenbei gibt es natürlich auch viele Aussteller, die zu diesem Thema auch mit Rat und Tat zur Seite stehen werden und man sich dort informieren kann. Und was ganz wichtig ist, der Eintritt ist natürlich auch frei für alle. Ich denke, wir haben ein wenig neugierig gemacht auf die Messe, die übrigens im Goldenen Stern stattfinden würde. Nochmal gesagt, nächsten Samstag am 21. Januar von 13 bis 17 Uhr. Richtig. Ich denke, wir machen weiter mit unserer Sendung. Mit ganz viel Herz die Messe Hochzeit und Fest am Samstag, 21. Januar 2017 im Goldenen Stern Wornar. Die neue regionale Messe ist randvoll mit frischen Ideen. Für die Hochzeit, den runden Geburtstag, die Jugendweihe und für alle anderen großen und kleinen Festigkeiten. Die Messe Hochzeit und Fest. Der Eintritt ist für alle Heirats- und Feierwilligen frei. Wir verbinden Ihre Vorstellung mit unserer langjährigen Erfahrung und arrangieren für Sie Ihre individuelle und persönlich ausgestaltete Feier. Auszeit, Restaurant und Café am Schwanenpark. Modernes Ambiente trifft Genuss pur im Leipziger Neuseenland. Wir geben unser Bestes, damit Sie schon bei der Suche nach einem geeigneten Geschenk Freude haben. Christina Kügler, Buch und Kunst, stilvolle Wohnaccessoires, aktuelle Trends, ausgewählte Kostbarkeiten, personifizierte Geschenkkerzen und Gläser, eine breite Palette der Fotogeschenke und vieles mehr. Christina Kügler, Buch und Kunst, mit ganz viel Herz und tollen Geschenkideen zur nächsten Familienfeier. Bellmann Immobilien GmbH und QKG aus dem Leipziger Land. Wir begleiten Sie gern auf dem Weg vom Haustraum zum Traumhaus. Und wir helfen Ihnen auch, alle weiteren Bausteine rund um das Thema Hausbau zu meistern. Die Wahl Ihres Brautkleides ist eine ganz persönliche und wichtige Entscheidung. Hochzeitsambiente Sunflower in Korensales, Ihr Fachgeschäft für Brautmutten, Herrenanzüge und Festbekleidung. Die Welt braucht Blumen für verschiedene Anlässe. Blumenfachgeschäft Stadtgarten, Kirsstraße 7 in Borna. Blumenfachgeschäft Stadtgarten, Kirsstraße 7 in Borna. Blumenfachgeschäft Stadtgarten, Kirsstraße 7 in Borna. Bis zum nächsten Mal.